Viele Kapitalanleger machen sich derzeit Gedanken über Negativzinsen, Inflationsschutz und den Erhalt des Vermögens, möglichst auch noch mit planbaren Erträgen, die wieder reinkommen. Und Nachhaltigkeit ist auch ein ganz wichtiges Thema. Darüber spreche ich heute mit Timo Richter. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter der 1218 Vermögensmanagement. Schön, dass Sie heute hier in Berlin sind. Guten Tag, Herr Koch. Herr Richter, es geht um das Beach Resort. Das ist nur 150 Kilometer von Berlin entfernt. Und es ist nicht so, dass das noch gebaut werden muss, sondern da ist schon alles fertig. Ja, wir haben den letzten Lockdown genutzt. Wir haben 193 Apartments und die gesamte Infrastruktur komplett einer Revitalisierung unterzogen. Und seit dem 14.06. freuen wir uns über nahezu 100 Prozent Auslastung und zufriedene Urlauber. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite 365 Tage Urlaubsmöglichkeit, auf der anderen Seite natürlich auch 365 Tage Renditemöglichkeit. Was bieten Sie den Gästen denn 365 Tage lang oder was wollen die Gäste auch vor allen Dingen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Die Frage heißt eigentlich, was ist Urlaub und was ist im Urlaub wichtig? Und ich denke, im Urlaub ist besonders wichtig, man muss ein angemessenes und attraktives Apartment haben, wo man übernachten kann, wo man vernünftig wohnen kann. Das Wasser sollte warm sein, natürlich 365 Tage im Jahr. Im Sommer ist das mitten im Herzen der Seenplatte natürlich so, dass man die Seen nutzen kann zum Baden. Aber auch für den Winter haben wir eine ganz moderne Aquafun saniert, wo ein Indoor-Spielplatz für Kinder oder eine Relax-Area für die Erwachsenen da ist mit 365 Tagen warmem Wasser. Und das Wichtigste im Urlaub natürlich ist auch, das Essen muss schmecken. Und hier bieten wir vielfältige kulinarische Möglichkeiten von einem Mecklenburger Tapas-Restaurant bis hin zu einem Kinderkala-Kart-Restaurant. Also für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und nicht zuletzt ladt das noch nicht natürlich die vielseitigen und vielfältigen Sportunterhaltungsmöglichkeiten von Golf über Wassersport bis hin zum Radfahren oder einfach mal nichts tun. Und dazu lädt die Gegend ja auch ein, da kann man wirklich auch viel machen und viel, was dann auch wirklich Urlaub ist. Natürlich, Mecklenburg ist das Land letztendlich der tausend Seen. Und mit dem Ferienort Gönle-Wien haben wir den attraktivsten und modernsten touristischen Standort im Land Mecklenburg. Und genau hier liegt unser Beach-Resort. Kapitalanleger können da jetzt Wohnungen kaufen. Wie sehen da momentan die Möglichkeiten aus? Und müssen sich dann Anleger auch um alles selber kümmern? Oder wie läuft das ab? Nein, der Kapitalanleger kann sich hier eines unserer 193 Apartments kaufen, die zwischen 41 und 63 Quadratmeter groß sind. Und unser Betreiber wird sich professionell um die Vermietung, Vermarktung und den gesamten Betrieb des Apartments kümmern, sodass der Investor hier letztendlich sich freuen kann über seine monatliche Grundmiete und die vierteljährliche Gewinnmiete. Und das ist das Besondere an unserem Konzept und das Einzigartige. Wir haben nämlich eine Mietgemeinschaft gebildet und damit hat der Investor, der künftige, eine lageunabhängige Rendite. Das heißt, jeder partizipiert gleichermaßen an der Auslastung des Ressorts und des Ferienappartments mit. Mit welcher Rendite rechnen Sie da? Unter konservativsten Annahmen sind wir zu einer Rendite auf 10-Jahres-Betrachtung von 4% nach Kosten. Also da sind schon Rücklagen, Instandhaltungen, laufende Wartung und natürlich Check-Heft-Pflege der Wohnungen berücksichtigt gekommen. Und ich denke, 4% ist eine sehr, sehr ansprechende und vernünftige Rendite, worüber sich der Investor freuen kann. Und natürlich sind wir durch die aktuelle Lage und das Raten-Niveau und die Auslastung selber überrascht. Denn schauen Sie doch mal im Internet, wo gerade aktuell die Raten sind. Also das lässt Grund zur optimistischen Freude auch für die Zukunft. Wenn Sie aber von hoher Auslastung sprechen, hat das dann auch mit Corona zu tun, dass eben mehr Leute in Deutschland Urlaub machen? Und ist das dann vielleicht in ein, zwei Jahren wieder anders? Nein, davon gehen wir nicht aus, denn das Beach Resort wurde 20 Jahre erfolgreich als Tui Dove Hotel betrieben und hatte auch hier Auslastungen, die deutlich über 55% lagen. Sodass die umfangreichen Attraktivierungsmaßnahmen, die wir durchgeführt haben, natürlich auch zu einer nachhaltigen Auslastung führen wird. Aber die hat es auch vorher schon gegeben. Sie haben da ja sehr viel investiert und auch in Nachhaltigkeit investiert. Auch das war Ihnen wichtig? Ja, Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben zum einen neue Heizungsanlagen installiert, die Fenster mit besseren K-Werten versehen. Und das Wichtigste ist, wir haben eine PV-Anlage installiert, wo wir unseren Strom selber produzieren, sodass wir hier nachweislich pro Jahr 90.000 Kilogramm CO2 einsparen können. Das schont die Umwelt und natürlich entlastet auch den Geldbeutel. Und ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag für die Umwelt. Wenn man jetzt Interesse hat, wo bekommt man Informationen? Wo sollen sich die Leute hinwenden? Ja, interessierte Anleger können uns gerne ansprechen. Wir würden Ihnen relativ zeitnah entweder einen digitalen Rundgang durch die Wohnung oder einen analogen, also physisch vor Ort, ermöglichen. Wir würden Ihnen sämtliche Verkaufsunterlagen zustellen und Sie begleiten bis hin letztendlich zum Beurkundungsprozess. Und das alles praktisch vor der Tür von Berlin. Dankeschön, Timo Richter, der geschäftsführende Gesellschafter der 1218 Vermögensmanagement. Liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, können Sie sich das natürlich auch alles nochmal genau anschauen auf der Webseite 12-18.com. Da finden Sie alle Informationen, auch wie Sie Herrn Richter erreichen. Danke Ihnen für heute, für Ihr Interesse und alles Gute.